Hi, ich bin Patrick von Fundoino, das ist der Fundoino Cube und mit ihm kannst du von einem Tag programmieren lernen. Komm, ich zeige dir, wie es geht. Nachdem wir im letzten Video die Lektion mit dem Ultraschallsensor durchgenommen und die Operatoren kennengelernt haben, wenden wir uns diesmal der siebten Lektion zu und schauen uns mal den Servomotor des Cubes an. Die Aufgabenstellung lautet wie folgt. Steuere den Servomotor abwechselnd und mit einer kurzen Pause von jeweils 0,5 Sekunden in der Winkelposition 0 Grad, 90 Grad und 180 Grad an. Zuerst schließen wir den Servo an. Stecke das Kabel des Motors so an, dass das gelbe Kabel an dem Pin D3 liegt. Im Menü Aktion findest du den Baustein für den Servo. Füge diesen mal in deine Roboterkonfiguration hinzu. Als Namen nehme ich einfach mal Servo. In der Roboterkonfiguration haben wir sonst nichts Neues. Den Pin findest du auf deinem Cube. Trage ihn ein und wir gehen weiter in den Programmablauf. Wenn es gut läuft, dann wird das hier eine schnelle Sache. Die Befehle, die wir hier benötigen, kennst du eigentlich schon. Hier haben wir die einzige kleine Neuerung. Denn um den Block für den Servo nutzen zu können, musst du zuerst in die erweiterten Menüeinstellungen. Die sind hier hinter dem Stern mit der 2 zu finden. Du siehst, dass einige Untermenüs dazukommen. Und wenn du nun auf Aktion gehst, dann kommen noch kleinteiligere Untermenüs hinzu. Hier benötigen wir das Menü Bewegen. Hier kannst du nun den Servomotor auswählen und ziehe diesen Block in deine Schleife. Denken wir uns nochmal kurz in die Aufgabe zurück. 0 Grad, 90 Grad und 180 Grad mit jeweils einer halben Sekunde Pause. Die Winkelposition kannst du in dem dunkelblauen Feld festlegen. Wir benötigen den Baustein also genau 3 Mal. Sehr schön. Dann können wir die Pausen hinzufügen, damit unser Programm abgeschlossen ist. Gehe dazu in das Menü Kontrolle und dann auf Warten. Dort nehmen wir den bereits bekannten Baustein Warte MS. Diesen benötigen wir ebenfalls genau 3 Mal. Es sollte nun so aussehen in deinem Programmablauf. Jetzt muss man gegebenenfalls nur noch die Zeit in Millisekunden angeben und auf 500 setzen. Lade das Programm mal hoch und schaue, was passiert. Das sieht doch ganz vernünftig aus. Glückwunsch. Das war eine schnelle Nummer. Überlege dir doch mal, wie du die Lektion erweitern könntest. Mir schweben da ein paar Kombinationsmöglichkeiten vor. Eventuell könnte man in irgendeiner Form die 3 LEDs mit ins Boot holen und in das Programm integrieren. Aber vielleicht geht da auch noch ein bisschen mehr. Das soll es sonst gewesen sein. Im nächsten Video gehen wir in die achte Lektion. Und da geht es dann um den Infrarotsensor und die entsprechende Fernbedienung. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere doch diesen Kanal und drücke die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Wir freuen uns auch immer über Fragen, Kommentare und konstruktive Kritik, damit wir unseren Channel stetig verbessern können. Bis dahin, auf Wiedersehen.